Leute, willkommen zurück zu neuen Vlogs auf Michael Eich. Ja, und heute, ähm, wir helfen uns selbst zusammen, immer wieder zu vermitteln, weil immer wieder keine Schleunen, wir nehmen uns recht und wir können hier vielleicht in der Kahn uns berüben, da wir mal so die Butter am Schleunen und ja, ähm, wir sind dann nachher, wenn ich meine Schleunen mache. Heute habe ich leider kein Eich, wie ich hörten kann. In der Kahn, wenn ich sie nicht mehr ausgüben, will ich meine Schleunen begegnen? Das hat mich gerade mit einem eigentliche Schleunen gemacht, wenn ich alles sollehen. Und ich hatte die Schleunen gemacht, wenn ich mal sollehen. Und ich habe auch, dass die Schleunen und die Schleunen gemacht haben will, aber ich habe eine Schleunen gemacht. Ja, und wir haben gesagt, dass die Schleunen gemacht hat, was ich wirklich schuldige Schleunen bei, und ich bin ja auch nicht besser damit, weil ich die Schleunen gemacht habe, und es immer noch was, weil ich die Schleunen gemacht habe. So, Leute, ich hab mein Fuss für den Weg gemacht. Ja, jetzt gucken wir doch mal ganz schnell und gucken wir doch an die Flügel los. Gott, das ist auch schön. Gut, dann gehen wir auch nicht ganz schnell wieder an die Flügel. Ganz schnell. Ich glaube, ich habe heute schon wieder vor dem ersten Mal vorhin hergeschrieben. Ich habe das nicht so falsch gemacht, aber das ist was. Ich habe das nicht so falsch gemacht. Ich habe das nicht so falsch gemacht.